Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis einer stirbt. Bis ich ne Plasma hab. Und auf einmal ist ein Gewehr dazwischen. Und wem? Oh nein, Kapuze ist da. Leute, alle runter. Alle runter. Alle raus. Raus, raus, raus. Schnell, schnell, evakuieren. Alle runter. Kapuze, es gibt keine Steine mehr. Dann müssen wir andere Sachen werfen. Ich töte dich, du Penner. Da oben ist die Action. Alle hoch. Da oben ist die Action. Alle hoch. Wachs nach oben. Da muss ich gleich zu sagen. Alle nach oben. Alle nach oben. Wer ist verliert hier? Aber renn dem Kich das nächste Mal. Wer macht denn hier die? Ah, da ist der Brotter. Hier, wer war das? Hier, Monsieur Alex. Hier, der Brotter. Monsieur Alex. Aua. Monsieur Alex. Sorry. Da müssen wir aufschießen. Wenn wir oben alle zusammenspielen, schaffen wir das. Gehen Sie beiseite. Ein, zwei, ein. Ich gehe beiseite. Oh. Hallo. Hey, stopp. Sorry. Hey, das war mein Fehler-Items. Du löst. Ja, das ist richtig. Ich bin ja auch drakal. Du hast gerade den Detekiller erschossen. Items ist es. Der Detekiller. Du bist ein Detekiller. Bist du mehr nicht. Ja, das hättest du eine Chance nicht genutzt. Okay, okay, stopp. Julie, ich habe 9 HP. Komm nicht hinterher, bitte. Ich habe auch 9 HP. Oh. Oh, da war noch ein Credit drin. Oh, noch besser. Julie. Jetzt hast du keine Waffe daheim. Nein, das ist nicht. Was war das denn? Max, es könnte passieren, dass wir die Waffe ausprobieren. Das ist völlig in Ordnung, Baru. Ich habe keine Ahnung, was. Das stimmt. Ich war als erstes. Was ist das denn für bad luck, ey? Ich wusste es ja auch. Ich habe mir das gesagt, weil ich tote behandelt habe. Aber ich habe die Power gewinnt. Ja, weil das war einfach so. Alle hoch, alle hoch. Maxi hoch. Und ich war so. Nee, von der hat mir lieb gesagt. Alter, ich stehe in dem Moment auf. Das war perfekt auf dem Kopf. Das ist ja schon Kalki. Du wirst dir nichts gesagt. Du hast Sidekick oder sowas. Das war so eine Fatsache. Das schießt einfach auf mich. Ja, weil du auf mich geschont hast. Mir ist sehr leid, Toto. Aber das war halt echt. Du warst wirklich nicht weg. Ja, ja, ja. Jetzt kriegst du Steinsergewicht von dir. Ja, Alex, schau nicht. Ich komme hoch. Ja, ich komme. Ich komme rauf. Ich mache den fertig. Hier kommt Alex. Die Taube eigentlich auf Kapuze werfen. Aber der war auf einmal weg. Ja, aber der war dann auf einmal nicht mehr da. Oh, ich bin wichtig. Oh, shit. Was geht? Was geht? Was geht? Lass uns eine Mauer errichten. Mauer bauen wir da? Wir bauen eine Mauer. Nein, wir bauen keine Mauer. Doch, wir bauen eine Mauer hier oben. Lass uns eine Mauer bauen. Lass uns mal den Eingang zumauern. Na, was hast du gekauft, Julis? Juli hat den Eingang zum. Hey. Wenn wir heute hier trinken, dass wir da nur hinter. Flopper oder was? Was hast du denn getroffen? Julis. Warte, wir müssen die erst alle rausholen. Hallo. Alle rausholen. Hört mal die Steine hier alle. Da müssen die von oben stehen fallen lassen. Ich bin ausgesetzt draußen. Hallo, was macht ihr? So, eine Mauer. Jemand hat die Angst. Wehe, jemand kommt über die Mauer gehüpft. Jetzt hört man auf. Könnt ihr mal endlich aufhören über die Mauer? Geht weg. Die Mauer muss. Well, einer ist an der Mauer gerade gestorben. Nils hat ihn. Wartet, wartet, wartet. Wartet doch, wartet doch. Kapuze, die Kapuze, die dreht alle durch. Maru hat ganz wenig Leben und haut ab. Die haben den Stein auf mich geworfen. Die drehen alle durch. Ich wollte die Mauer freundlich damit erschlagen. Die drehen alle durch. Alle drehen durch. Was ist mit denen, ey? Ja, was denn? Maru ist da, wenn du da erschießen willst. Ja, warum soll ich Maru erschießen? Warum erschießt du dich? Nee, weil ich Angst habe. Wofür? Können wir jetzt eine Mauer aus Leitens und Steinen bauen? Weißt du, wie knapp das gerade war? Warum liegt hier oben ein Boomerang und es ist kein Traitor tot? Ja, hallo? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Dann hat wohl einer den geworfen. Cain ist aber tot. Ja, aber hier oben ist kein Cain. Ein Traitor von euch war hier oben und hat den Boomerang daneben geworfen. Aber was natürlich auch sein können, weil ganz am Anfang, es wurde einer mit dem Stein getötet und der ist verschwunden. Die Hand des Gesetzes. Mich wundert eher, warum hier ein Boomerang lag und keiner, kein Traitor. Hat den gesehen und keiner hat ihn aufgesammelt. Also der Traitor, der ihn geworfen hat, muss mit runtergelaufen sein. Nee, 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 der wird noch oben bleiben. Nee, wieso? Aber dann wäre der ja gewusst, dass der da noch liegt und hätte ihn wieder aufgesammelt. Ja, das wäre vielleicht auffällig gewesen. Ach, Dalu, come on. Vielleicht hast du ihn geworfen und liegen lassen, Dalu. Nein, ich habe ihn auch wieder aufgehoben. Ja, deswegen hast du ihn jetzt. Kapuze, guck mal hier in meine Richtung. Da ist gerade einer runtergesprungen. Was hast du gemacht? Weg, Fleikel, oder? Ja, deswegen beim Stein. Hinter dir ist Daisy. Es ist eine Flocke. Flocke, ey. Flocke. Nice. Achtung, Achtung, Dalu, geh weg. Ich rette dich. Hab dich. Donk, donk, donk. Mit einem Boomerang habe ich dich gerüttet. Nee, Tau, Tau. War das wegen meinem Stein, oder was? Flocke, du hast mir den Stein in sich gehauen. Irgendwer ist dir runtergehalten. Guck mal da, Alter, ey. Du hast den Stein da rausgezogen. Bitte, was? Irgendwer ist mir irgendwie den Stein runtergekommen. Irgendjemand ist wegen dem Stein gestorben, ganz am Anfang. Ja, deswegen habe ich Nils erschossen, weil ich dachte... Oh, Mann. Keiner Bubu. Ja, und ich dachte halt echt, dass Nils das ausmix. Ey, Alex, darf ich bitte mit dem Mauerbruch helfen? Ich habe aber wieder voll den Stein in sich bekommen, weil er das 7 HP gehabt hat. Als jemand den Stein aufgehauen hat. Du gehst da oben den Boomerang an allen vorbei, wirft mich dann wieder ruf. Man nennt mich auch den Mauer. Aber keiner werden. Der Mauerwurm. Der Mauerblümchen, der bin ich. Mauerblümchen, das bist du. Hier, so, jetzt wird die Mauer. Entschuldigen, da ist die Grenze. Schon wieder die Mauer. Die Mauer ist weg. Die Mauer muss weg. Alex, was schaust du? Oh, sorry, ich habe gelacht. Wo? Was? Ich habe gelacht, alles muss sterben. Wer lacht, ihr habt gehört, wer lacht, stört? Kapunz hat einen gekillt. Hä, was ist das? Kapunz, in Wien hast du gestartet? Nein, nicht. Kapuze hat jemand im Gestein, was, wie seist ihr Achtung Feuer, was macht ihr beide da drüben? Kapuze, wer war das? Kapuze, was hast du getan? Kapuze. War Alex, oder? Ich zähl los von deinen Sünden. Alex ist gestorben, auf jeden Fall. Also Alex ist gestorben. Ich weiß nicht, wer war das? War das da Alex? Alex, warum lachst du? Oh, Moment. Hau, jetzt, hör doch mal mit dem Stein da, Payne. Das ist schon das zweite Mal. Wie habe ich gekillt? Harry Potter, dein Stein. Wer hat mich um 50 runtergehauen mit den Steinen? Ich meine, du hast den Bauch. Maru ist es. Maru ist der Totemjäger. Läuft gerade im langen Gang. Läuft in unternen Büros. Okay, komm, ich runde, ich runde, ich runde. Gangnam. Ja, lass mal den Worten. Da kommt mein Lift hoch, da kommt mein Lift hoch, Payne. Ähm, welche Taste ist nochmal zum Voten? Ja, scheiße, stimmt, das ist schon wieder individuell, ne? Maru! Wo ist der Maru? Der F3 ist nicht bei mir, das weiß ich. Maru ist tot. Maru ist gestorben. Maru ist eh tot. Maru ist eh tot. Maru ist eh tot. Ich glaube, er hat Items mitgenommen. Okay, Maru ist wieder gespawnt. Ich glaube, Maru ist nicht tot. Ja, er ist wieder gespawnt. Maru? Also, so, Kapuzei. Okay, okay. Nimm mich mal hier raus. Hey, Juli Wurstler. Payne, hast du auch irgendwas zum Heilen, nachdem du mich so... Hallo? Hast du gerade auf Payne? Wer war das? War das der Payne? Warst du gerade auf mich geschossen, Payne? Ich hab's gehört. Ja, mit einer Maschinenpistole. Maru, da ist Maru. Ach, Maru. Wo hat Maru her? Kapuzei hat mich abgestellten erst mal. Ich bin woanders. Was? Ich bin woanders. Kapuzei. Ich hab's wieder rückgängig. Nein. Aber ganz ehrlich, wir hatten das Payne schon wieder auf mich geschossen. Erst hat er mich zweimal mit einem Stein und jetzt hat er mich schon... Auf Maru. Schieß, ey. Ich hab mich gerade mit Kapuzei getauscht, als Maru auf ihn geschossen hat. Jetzt hab ich voll Damage. Wer will in der Plasma? Ja, siehst du, weil du selber schuld bist. Ich sage, dass Payne noch auf mich geschossen hat zwischendurch wieder. Nicht ich. Wäre das vorhin... War nicht so schimpft. Nein. Du hast auf Maru geschossen und da hast du dich umgedreht auf mich geschossen. Wer macht das denn? Hab ich nicht. Wer hat das gerade gemacht? Wer macht das? Juli, du hast doch irgendwas in der Hand, oder nicht? Eine Plasma. Eine Plasma. Willst du? Nein, direkt. Ich hab dich teilen gern. Hey, ich hab die Waffe aufgeschehen. Ich hab die Waffe aufgeschehen. Ich hab die Waffe aufgeschehen. Du bleibst doch einfach. Ah, das war Pain. Warum, Payne, warum musst du eine Spider haben? Ich hab keine Ahnung. Items? Ich bin's aber gut. Was macht ihr denn da? Alle tot? Payne sollte die Spider-Man-Gang vor meinen Augen vom Haus werfen. Nein! Nein! Keiner sollte ihnen eine Spider-Man-Gang nachdenken. Ja? Wie Payne. Payne ist die Spider-Man-Gang weg. Aber ich darf dann Maxi wenigstens haben, weil er ist Proven-Inno. Nein! Keiner hat hier eine Spider-Man-Gang. Er kann immer noch Jackal sein. Es gibt kein Proven-Inno. Wenn ich will. Spider-Man-Gang weg. Komm rüber, Payne, und schweiß sie vom Dach. Wenn du sie vom Dach... Ich... Jetzt hat er... Er hat sie immer noch. Das war eine Pistole. Blöd, Mann. Machst du da? Hey, das ist der... Kapuzzi hat sich da abgestellt. Du bist jetzt im Gefängnis. Jetzt bleibst du da. Ich hab nicht im Gefängnis. Du sitzt deine Strafe ab. Ich hab gar nix gemacht. Ich hab auch Maru geschossen vor. Ich hab gar nix gemacht vor allem. Maru war aber safe inno Kapuzzi. Was sagst du jetzt? Wuuu! Mir geht nix ab auf dem Dach. Ist ja langweilig. Ihr Flock ist schon da zu. Bestimmt besser, oder? Ich bin nicht böse, ne? Flock ist auch nicht besser. Ja, dann... Warte mal. Was macht ihr da drüben, ey? Das war Flock oder McFly. Ich weiß nicht, da war's McFly. Das war Flock oder McFly. Wieso war ich das? Wieso? Was ist das denn Conran? Ja, weil einer was rüber geworfen hat. Das ist McFly. Das ist McFly. Das ist McFly. Das tut mir leid. Der Schneider ist mich runtergekriegen. Ja, ich würd sagen. Die Leute waren viel zu schnell. Am Dach gibt's keine Regeln. Dach gibt's keine Regeln. Ach du warst in Ruhe shoppen, ne? Ja, in Ruhe shoppen. In Ruhe shoppen, natürlich war ich unten. Das war dann irgendwann schon gewesen, ne? Das war dann in Ruhe shoppen, ey. Da Conran hat auch immer seine Augen überall, ey. Dieser Wurstaugler. Wurstaugler. Wurstaugler? Ja, kennt ihr die Wurstfingler? Das ist ein Wurstaugler. Neue Worte. Wurstfingler. 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 Ich muss da durch. Ich muss da durch. Hey. Ich bin drüber. Keine Ahnung, was du schon wieder laberst. Da hab ich mal eine Kauw-Range, Nate. Darf ich dich nicht schmerzen jetzt? Lass mich da mit rum. Ich will mit Steine werfen. Habt ihr das Wort? Ich will mit Steine werfen. Geht alle hoch. Steine werfen. Wer runterkommt, wer der schossen. Grundsätzlich. Der Bulse traut sich nicht aufs Dach. Ich geh nicht drauf. Der Bulse traut sich nicht aufs Dach. Ich geh nicht drauf. Der Bulse traut sich nicht aufs Dach. Ich geh nicht drauf. Weil er mitgemacht hat. Ich hau ab. Ich hab ja nicht auf dich geworfen. Richtiges. Well, Zeit für Steine. Richtiges. 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 Irgendwo unten, ne? Oh. Lass dich dort. Nils, du. Hüsten Adler. Na ja, gut. Alex, wer hat euch geholfen? Ich weiß nicht, aber Deathbrief. Ich weiß es nicht. Was willst du denn hier? Also Nils war es auf jeden Fall nicht. Nils wollte gerade aufs Dach rauf. Als ihr... Nils, warum... Ich bin völlig woanders. Ich weiß nicht, warum mein Name... Ja, ey, das ist jetzt gelogen. Du warst gerade an der Treppe, als... Du bist hochgelaufen, als die Halleluja kam. Und da bist... Hab ich gesagt... Nils, Adler Weg. Ey. Doch, Nils. Dann gibt es einen Doppelgänger von dir. Müssen wir leider beide Nils erschießen. Nein, das ist gelogen. Also Nils lügt. Ey, du hast mich gesehen. Ich... Ja, wie du gerade reingekommen bist. Aber du bist halt die Treppe runtergekommen oder so. Ja, ja. Ist er ja auch. Hat einer mit der Shotgun geschossen? Soll das? Hm? Hm? Was? Wer sieht aus? Wer... Ah, ah. Du, nils. Eils doch, Eils nicht, Eids nicht. Was denn? Fangen. Gotow schießt auf mich. Wo war das denn? Mit der Schrotflinte. Ey. Geh weg. Auf молод Αétis, Du, kassen. Oke, Flocke ist kein Freund. Was mach is. Flocke ist Flocke. Die hat rote Haare. Rot ist das Zeichen der Traitor. Ah, Klock. Hinter dem Steam-Shit auf dem anderen Haus ist ein Traitor der jetzt in der Disco rübergepompt hat. Wer ist Traitor? Oder ne Kompi Later. Hilfe, Hilfe McFly, McFly, McFly. Wer ist das? Der hat nen Grappling. Hilfe! 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 Items! Dalo ist tot! Items, 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 Items! Alex schießt auf mich rein zum Abschuss. Ich bin Dete. Ja, ist egal. Ich hab den Traitor. Die Julie ist hinter dir umgefallen. Pain, der kannst du sicherlich konfirm. Du musst es machen, ich hab mich Sniper mäßig gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitche, 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 bitche. Nein! Pain ist es auf jeden Fall. Ja. Du hast den Traitor, Pain, genau. Confirm ihn. Und dann läufst du hier mit der Crowbar oben rum, ey. Alex! Du bist ein Vogel. Neue Ronde, neues Glück! Verboot aber Schakal, dein Bobo. Ja, aber ich glaube, dass... Oh oh, ich hab keine Muni mehr. Pause! Nix Pause, ich hab auch keine Muni. Komm her! Ja! Irgendeiner hat... Hallo? Maru, hier bitte. Wir sind zu zweit auf dem Dach. Ah! Max ist bei mir! Max ist bei mir! Ja, schön ab! Nein! Ich hab Angst vor ihm! Maru? Max ist auf dem Dach. Die ist auf dem Dach. Ja, ja, das ist schön. Ne, ne, ne. Ich bleib hier unten. Wir bleiben hier unten. Du kriegst die eine Kammer, ich krieg die andere Kammer und erschießen alles, was zum Beinem zuhinkommt. Ich spring vom Dach, wenn du Tautau erschießt. Ach, du bist schon wieder weg. Tautau? Mach das nicht besser. Tautau, 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 Tautau. Ich häng fest am Dach. Vielleicht müssen wir irgendwo auf Spider-Man achten. Der hängt irgendwo an der Seite. Lass mich los, ein doofes Haus. Achtet auf Spider-Man! Darum lässt das Haus mich nicht los! Das Haus! Kinderfest an der Hütte. Da gab es Explosionen unten im Keller. Items kaputt sind explodiert. Die Superdisco. Er hatte mich in die Ecke geklammert und hatte gehofft, dass ich... Ja. Was ist das für ein Leben? Das ist ne Superdisco. Die Fans nicht weg. Alex, reg mal um! Alex, wieso bin ich in die Gabi? Leute, ich bin in die Gabi grade! Hallo! Hallo! Hang on! Ja, das war trotzdem ein nettes Gespräch. Hallo! 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 Ich mein, ich seh jetzt... Ich seh nicht die neuen Traitor. Das sind immer aus ne alten Räume, hoff ich. Aber ich hab da ein Schinigal. Wie awesome ist das? Du sollst das im Haus sprengen. Aber verlierst du Leben? Auch nicht. Okay, dann kannst du ne Waffe nehmen? Und die Geschwindigkeit hab ich auch nicht. Kannst du ne Waffe nehmen? Komm her, Maxi. Das weiß ich noch nicht, aber ich hab... Warte hier. Ja, kannst du. Du hast einfach nur das Messer bekommen. Okay, das heißt... Ich hab einfach nur das Messer. Und ne Anzeige, dass Starloof, Payne und Items sind. Aber das sind ja nette Hunde. Hey, wer ist nicht der Verrachter? Haua! Warte mal! Alex, es geht grade runter. Wir sind hier oben. Wir sind so viele hier oben. Eben. Und Alex ist runtergelaufen. Egal wer jetzt ist von oben. Was soll das, Kapuze? Nein! Ja, du hast mich nicht geschossen. Payne, hör... Nein, das ist Payne mit seinem blöden Stein grade. Wer hochkommt, wird getötet. Was ist denn das? Warte, Nils, kann es auch noch sein. Nils, kann es auch noch sein. Stopp, 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 stopp. Aua! Wir sind hier oben. Juli, hast du mich grad angeschossen? Nein! Ja, nimm die Treppe, du. Meine Hüße sind da voll. Links davon. Das ist scheiße dumm. Ich muss hier noch Totems zerstören, Mann. Achso, na warte mal. Da helf ich dir. Das ist dein Gewinn, Scheiße. Wir haben richtig mein Totem aus. Du kack, komm an. Du bist du, mach dich fertig. Ich bin schon wieder nach oben geportet. Aber Nils und Flocke könnten sich duellieren, theoretisch. Wir fliegen also jetzt wie die Steine holen. Weil einer von beiden ist tot im Hunter. Ja. Okay. Hey, kaputt, du hast mal ganz was. Flocke hinter dir. Nein, hab ich nicht. Du und Nils, ihr könnt euch duellieren. Einer von euch ist tot im Hunter. Das war der Tauter. Wie läuft das, Alex? Ich hab eine andere Waffe. Ihr lauft die ganze Zeit. Das sind die beide, oder? Was denn? Was denn? Baki fliegst Tauter die ganze Zeit an. Flocke, schieß dich. Was mach ich? Geh weg. Ab sieh. Wer war das grade? Wer war das grade? Schaut auf. Nils oder... Ganz unten, ganz unten weiter runter weiter runter. Wo ist denn der? Alles gut. Blackfly lassen. Ja jajaja. Das ist... Wenn ich zu ihm erinnere. Blackfly, wie wärs, wenn du das fährst? Ah... Gibt's keine Traitor-Sidekicker an. Was ist hier? Ich fühl mich gemaukt. Okay okay okay. Wo ist denn der doofel Dalu? Auf dem Dach. Oh damn. Ja jetzt hab ich leider Nils mitgetönt. Ich hab mich selber nicht getötet. Was ist denn das schon wieder für'n Scheiß? Dalu ist zu schnell aufgestanden. Das ist ein Schwarzraum geworden. Au. Du hast mich angestochen gerade. Vorsicht von da unten. Ja ja von unten. Wieso krieg ich die ganze Zeit Damage? Warte mal. Ach die haben diese Schattengeister. Ja ich seh die nicht. Warte mal. Die sind im Boden gebacken. Ich wurde von dem Schattengeist angeschlagen. So. Guck mal unsere Leichen machen schöne Kunst. Die sind im Boden Schattengeister. Du kannst jetzt nicht mal rumlaufen solange die da sind. Du liege nicht vor die Tür. Okay. Da ist Böses. Mhm. Du wirst eh noch auf Dalu warten. Wenn du nicht noch schon tot bist. Bin der Meinung Dalu ist runtergefallen. Ach so. Das war ein Event an. Ach so. Das haben wir Schaden genommen. Ey die eine. Also Glocke. Schild hier richtig nice. Fällt mir. Hallo. Gibt es noch? Unten dran. Wer ist es? Ich glaube es leben nur noch wir beide. Hä. Bei mir zeigt es noch Dalu und Maru an. Ja. Bei mir auch. Aber Dalu ist vom Dach gefallen und Maru ist. Warte da hat einer was aufgehoben. Ne unten ist noch einer. Geh nicht runter. 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 Wer wird es dann sein Maru? Bist du eben über Munition gelaufen? Sachen gibt es. Die gibt es gar nicht. Nooo. Alex. Sorry. Du hast mich gekillt. Du hast mich gekillt. Werden es euch gemacht hat Leute. Schauen wir einfach mal. Bis dann macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.